Bestes IH-Mobility-Wetter hier in München und wir sind am schönen Hofgarten, da kriege ich direkt mal Lust auf ein neues Fahrrad. Wir sind jetzt bei Scott, die bekannt sind für Mountainbikes und Sporträder. Doch so wie ich das gehört habe, gibt es da jetzt neue Innovationen im Bereich der Elektrofahrräder. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ich bin gespannt. Klaus, grüß dich. Hi. Hi, grüß dich. Ihr seid ja bekannt für Mountainbikes und Sporträder. Jetzt gibt es bei euch auch E-Bikes. Ich sehe schon, was gibt es bei euch in München zu sehen? Ja, das hier ist unser neuestes E-MTB, das Patron E-Ride. Das ist eigentlich super schön, weil alles integriert ist in den Bike. Hier ist der Dämpfer mit integriert. Wir haben alle Leitungen im Bike mit integriert. Wir haben super tolles Zubehör auch bei diesem Bike mit dabei. Zum Beispiel kann man hier ein integriertes Rücklicht dabei haben. Man kann einen Frontscheinwerfer zusätzlich montieren, sodass man einen wirklich breiten Einsatzbereich von diesem Fahrrad hat. Sag mal, ich bin jetzt nicht so der extreme Experte im Bereich Fahrräder, aber was zeichnet jetzt dieses Bike von normalen E-Bikes aus? Also zuerst haben wir hier natürlich den neuen Bosch-Antrieb mit dabei. Da ist der Akku mit integriert im Unterrohr. Das heißt, der sitzt hier quasi direkt drin? Ja, genau. Den kann man aber auch sehr leicht rausnehmen, weil so ein Akku ist natürlich das schwerste Teil bei einem E-Bike. Aber man möchte ihn ja trotzdem auch rausnehmen, dass man ihn beispielsweise zu Hause in der Wohnung aufladen kann. Und das ist hier sehr einfach möglich. Durch die komplette Integration einfach unten die Klappe aufmachen, Akku raus und schon kann man ihn mit nach Hause nehmen und zu Hause in der Wohnung aufladen. Das ist super leicht möglich. Jetzt hast du hier schon ein Display angesprochen. Was kann man auf dem Display sehen? Wofür ist der da? Du kannst hier zum Beispiel auch eine Bluetooth-Verbindung herstellen mit deinem Handy. Du kannst wahnsinnig viele Funktionen dir anzeigen lassen bis hin zu Vitalfunktionen. Das ist alles möglich. Das Ganze kannst du hier steuern mit diesem Satelliten. Ist auch wunderbar möglich. Du hast alles direkt am Lenker. Du musst die Hand nicht vom Lenkergriff wegnehmen. Das ist natürlich ein riesen Vorteil. Das ist natürlich auch sicherheitsmäßig glaube ich eine ganz andere Sache, oder? Absolut, genau. Wir haben hier zum Beispiel auch noch unseren Twinlock-Hebel auch direkt am Lenker mit integriert. Erklär mir, Twinlock, da sagt man es nicht. Was bedeutet Twinlock? Das ist jetzt eigentlich spezifisch für Scott. Das haben wir bei allen Full-Suspension-Mountainbikes mit dabei. Man kann Gabel und Dämpfer steuern. Man hat drei Fahrmodi. Es gibt einen komplett offenen Fahrmodus, wie jetzt zum Beispiel hier. Dann hat man die vollen 160 mm Federweg zur Verfügung. Dann ein Klick Federwegsverkürzung und noch ein Klick. Das Bike ist komplett im Lockout und fährt sich wie ein Hardtail. Dadurch hast du quasi mehrere Fahrräder in einem. Du hast jetzt ein Fulli mit 160 mm Federweg, wo du den Berg runter brettern kannst oder halt auch ein hartes Hardtail, wenn du alle Dämpfer-Elemente blockiert hast und kannst halt damit auch sportlich fahren. Das ist spannend. Das heißt, das ist im Endeffekt gar nicht mehr nur für den Mountainbike-Zweck, sondern man kann damit auch super entspannend auf der Straße Langstrecke fahren. Total, ja. Das ist natürlich super cool. Du, ich bin vielleicht jetzt noch mal ein bisschen jünger und E-Bikes sind zwar spannend, aber ich will ein bisschen selbst treten. Gibt es bei euch denn auch andere Sachen, wo ich dann selber noch mal treten kann, ohne elektrische Unterstützung? Ja, das haben wir auch. Das ist unser All-New-Spark, das Bike unseres Weltmeisters Nino Schurter. Da ist auch Integration größtes Thema. Da ist der Dämpfer mit integriert. Aber das Bike, das kann ich dir gleich auch zeigen. Also ein echtes Weltmeister-Fahrrad. Ein richtiges Weltmeister-Fahrrad. Das würde ich natürlich, also du kannst natürlich viel darüber reden, aber das würde ich gerne mal sehen. Wo haben wir das denn? Okay, das müssen wir rausholen. Das haben wir hinten drin. Ein echtes Weltmeister-Fahrrad. Klaus, was macht dieses Fahrrad denn jetzt zum Weltmeister-Fahrrad? Also, das ist unser neuestes Spark. Hier haben wir auch die Thematik mit dem integrierten Dämpfer. Alle Leitungen sind integriert. Das ist momentan so state of the art des wirklich rein rassigen Race-Pullis. Twinlock hast du eben angesprochen. Hat das das Fahrrad auch? Haben wir auch hier mit dabei. Hier hast du auch drei Fahrmodi. Von komplett offener Federweg bei Gabel und Dämpfer hin zu komplett blockiert, super schnelles Race-Pulli. Genau. Okay, was sehe ich denn hinten? Ist da auch wieder so ein integrierter Dämpfer oder ist das hier anders? Wie sieht das hier aus? Hier ist der Dämpfer auch integriert. Du hast hier noch eine Skala, wo du den Dämpfer auf dein Körpergewicht einstellen kannst. Hier sehe ich das. Und hier unten ist noch die Service-Klappe, wo man das Bike warten kann. Also Wartung und Service ist bei diesem Bike super easy und den Dämpfer kannst du auch hier unten einstellen. Einfach Klappe aufmachen und du kommst dann alles ran, was du benötigst bei diesem Bike. Jetzt doofe Frage. Wir haben viel drüber geredet. Darf ich das noch mal fahren? Klar, sehr gerne. Dafür sind wir auch da. Sehr cool. Dann mache ich mich mal auf den Weg und werde auch hier zum Radweltmeister. Ja, viel Spaß damit. Twinlock-Federung testen und direkt mal. Okay, das ist jetzt schon, ich merke schon, das ist jetzt hier deutlich härter. So, jetzt drehen wir hier mal direkt im Kreis. So, also ich fühle mich jetzt schon wie ein richtiger Weltmeister. Man merkt so richtig, wie diese Federung nachgibt, wenn man diesen Twinlock aktiviert. Und das macht mir so viel Spaß. Ich fahre gleich mal eine Runde weiter.